Seit Wochen wird über eine Rückkehr von Superstar Neymar zum FC Barcelona spekuliert. Ein Treffen mit Lionel Messi am Rande des Halbfinales der Copa America hatte die Gerüchteküche zuletzt zusätzlich angeheizt. Doch der Präsident des spanischen Fußballmeisters macht sich nur wenig Hoffnung. Auf einer Pressekonferenz stellte er klar, Wir wissen, dass Neymar Paris verlassen möchte, aber auch, dass PSG ihn nicht verkaufen will. Es gibt also keinen Grund zur Diskussion. Antoine Griezmann dagegen, bislang bei Atletico Madrid, dürfte laut Medienberichten bald mit großer Wahrscheinlichkeit für Barca stürmen. Bartomeu hält sich noch bedeckt. Ich habe mit den Geschäftsführern beider Klubs gesprochen, mehr kann ich nicht verraten. Der Franzose hatte schon vor zwei Monaten auf Twitter seinen Abschied aus Madrid verkündet.